Bikkhu Bodhi – Der Buddha und sein Dhamma Der Buddha – Der Mensch und seine Mission Der Buddhismus entstand durch einen indischen Prinzen, der als der Buddha bekannt wurde und im 5. vorchristlichen Jahrhundert im nordöstlichen Indien lehrte. Zwei Jahrhunderte später verbreitete sich der Buddhismus mit Hilfe des Herrschers Ahsoka über mehr als die Hälfte Indiens und erreichte von dort aus die volle Breite des asiatischen Kontinents. In mehreren Flutwellen missionarischen Wirkens erhob er sich über sein indisches Heimatland und überflutete andere Gebiete. Dabei bot er den Völkern, in denen er Wurzeln schlug, eine solide Grundlage von Vertrauen und Weisheit, auf die sie ihr Leben gründeten, und eine Quelle der Inspiration, auf die sie ihre Hoffnungen richten konnten. Zu verschiedenen historischen Zeiten folgten Menschen dem Buddhismus in Ländern, die sich geografisch, ethnisch und kulturell so sehr voneinander unterschieden wie Afghanistan von Japan, Sibirien von Kambodscha oder Korea von Sri Lanka. Doch alle betrachteten denselben indischen Weisen als ihren Meister. Obgleich der Buddhismus aus historischen Gründen um etwa das 12. Jahrhundert allmählich aus Indien verschwand, hatte er vorher den Hinduismus tiefgehend transformiert. Zu unserer Zeit haben so unterschiedliche indische Denker wie Tagore, Gandhi und Nehru den Buddha als Vorbild angesehen. Während der Buddhismus im 20. Jahrhundert einen großen Teil seiner Anhänger im Osten verlor, übte er einen wachsenden Einfluss auf immer mehr Menschen des Westens aus und in seiner ihm eigenen ruhigen Art hat er begonnen, kräftige Wurzeln in mehreren Ländern der westlichen Halbkugel zu entwickeln. Im Laufe seiner langen Geschichte hat der Buddhismus viele verschiedene Formen angenommen. Wegen seines friedlichen, undogmatischen Charakters hat er sich immer leicht den vorhandenen Kulturen und religiösen Praktiken der Menschen, unter denen er sich ausbreitete, angepasst. Dabei wurde er zum Urquell einer neuen Kultur- und Weltanschauung. Der Buddhismus ließ sich in der jeweiligen einheimischen Kultur eines Landes so erfolgreich integrieren, dass es für uns heute oft schwierig ist, den roten Faden zu entdecken, der die verschiedenen Formen des Buddhismus als Zweige ein und derselben Religion zusammenhält. An der Oberfläche gibt es große Unterschiede. Sie reichen vom sanften, zeremoniösen Theravada-Buddhismus auf Sri Lanka und in Südostasien, über die kontemplativen und frommen Praktiken des fernöstlichen Mahayana-Buddhismus, bis hin zu den geheimnisvollen Ritualen des tibetischen Vairayana-Buddhismus. Doch wenn sich auch die äußeren Gesichter dieser buddhistischen Schulen drastisch voneinander unterscheiden mögen, so sind sie doch alle im gleichen Boden fest verwurzelt. Dem Leben und der Lehre des Mannes, den wir als den Buddha kennen. Obgleich der Buddha uns zeitlich gesehen so fern steht, viel ferner als all die späteren Lehrer, die sich aus dem Strom der buddhistischen Geschichte hervorheben, ist es überraschenderweise doch immer noch seine Stimme, die zu uns am direktesten spricht, in einer Sprache, die wir sogleich verstehen, und in Worten, Bildern und Ideen, die sogleich ein Echo in uns wecken. Wenn wir die Texte der Shandogya Upanishad und die Rede des Buddha über die vier edlen Wahrheiten miteinander vergleichen, die sich zeitlich vielleicht nur um etwa 100 Jahre unterscheiden, so scheint der erstere Text aus einem kulturellen und spirituellen Milieu zu kommen, das uns so fern steht, dass wir ihn kaum verstehen können, während der letztere fast so klingt, als wäre er letzte Woche in Bombay, London oder New York ausgesprochen worden. In Haltung und Perspektive kommt uns der Buddha so nah, dass kaum zu glauben ist, dass uns eine Kluft von rund zweieinhalbtausend Jahren von ihm trennt. Dass die Lehre des Buddha durch die wechselvollen Epochen der menschlichen Geschichte hindurch dauerhaft relevant und seine Botschaft durch den bloßen Zeitverlauf unverdunkelt geblieben ist, deutet sich schon in dem Titel an, unter dem man ihn hauptsächlich kennt. Denn das Wort Buddha ist bekanntermaßen kein Eigenname, sondern ein Ehrentitel, der übersetzt bedeutet, der erwachte. Dieser Titel wurde ihm verliehen, weil er aus dem tiefen Schlaf der Unwissenheit, in dem die Welt schlummert, erwachte. Weil er zu den tiefsten Wahrheiten über die Existenzfrage der Menschen durchdrang und weil er diese Wahrheiten mit dem Ziel verkündete, auch andere aufzuwecken und es ihnen zu ermöglichen, an seiner Verwirklichung teilzuhaben. Trotz der wechselvollen Szenarien der Geschichte über 25 Jahrhunderte, trotz der Veränderung von Weltanschauung und Denkrichtung von einer Epoche zur nächsten, ändern sich diese grundlegenden Wahrheiten über die menschliche Existenz nicht. Sie bleiben konstant und sind denen erkennbar, die reif genug sind, über sie zu reflektieren und intelligent genug, sie zu verstehen. Aus diesem Grund ist es noch heute im Zeitalter von Jetflügen, Computertechnologie und Gentechnik unverändert so geblieben, dass die Worte des Erwachten genauso machtvoll, genauso zwingend, genauso erleuchtend sind, wie sie es waren, als sie vor langer Zeit zum ersten Mal in den Städten und Dörfern Nordostindiens verkündet wurden. Das Leben des Buddha Obgleich wir nicht mit äußerster Genauigkeit die Lebensdaten des Buddha feststellen können, sind sich viele Gelehrte einig, dass er von etwa 563 bis 483 v. Chr. lebte. Eine wachsende Zahl von Gelehrten folgt einer anderen Chronologie, der zufolge die Daten etwa 80 Jahre später liegen. Wie bei einem spirituellen Führer, der die menschliche Zivilisation so machtvoll beeinflusst hat, nicht anders zu erwarten, ist sein Lebensbericht mit Mythen und Legenden geschmückt weitergegeben worden, die uns seine spirituelle Hoheit vor Augen stellen sollen. In der ältesten Quelle über das Leben des Buddha, dem Sutta Pitaka des Palikanon, findet sich aber eine Reihe von Texten, aus der wir ein ziemlich realistisches Bild seines Lebens konstruieren können. Was an dem von diesen Texten vermittelten Bild auffällt, ist, dass es das Leben des Buddha als eine Reihe von Lektionen darstellt, die die wesentlichen Punkte seiner Lehre verkörpern und vermitteln. So verschmelzen die Person und die Botschaft in seinem eigenen Leben unauflöslich. Der zukünftige Meister wurde in einer kleinen Republik am Fuße des Himalaya in den Clan der Sarkia hineingeboren. Diese Gegend befindet sich heute im südlichen Nepal. Er bekam den Namen Siddhartha. Sein Familienname war Gotamo. Die Legende will es, dass er der Sohn eines mächtigen Monarchen war, aber in Wirklichkeit war der Staat der Sarkia eine oligarchische Republik. Sein Vater war also wahrscheinlich der oberste des regierenden Ältestenrats. Zur Zeit des Buddha war der Staat der Sarkia dem mächtigen Staat von Kozala, dem heutigen Uttar Pradesh, tributpflichtig. Selbst die ältesten Sutten erzählen uns, dass mehrere Wunder die Geburt des Knaben begleiteten. Schon bald kam ein Weiser namens Asita, um den Säugling zu besuchen. Er erkannte an seinem Körper Anzeichen von zukünftiger Größe und verbeugte sich verehrungsvoll vor dem Kleinen. Als Jugendlicher aus königlichem Blut wurde Prinz Siddhartha in Luxus aufgezogen. Sein Vater ließ drei Paläste für ihn errichten, einen für jede Jahreszeit, und dort genoss er das Leben in der Gesellschaft seiner Freunde. Als 16-Jähriger heiratete er seine Cousine, eine schöne Prinzessin namens Yasodara, und lebte zufrieden in der Hauptstadt der Sarkia, Kapilavatu. Während dieser Zeit wurde er wahrscheinlich in den Kriegs- und Staatskünsten unterwiesen. Im Laufe der Zeit wurde der Prinz immer in sich gekehrter. Ihn beunruhigten die großen, brennenden Fragen, die wir meist als selbstverständlich ansehen, die Fragen, die den Zweck und die Bedeutung unseres Lebens betreffen. Liegt der Zweck unserer Existenz darin, dass wir die Freuden der Sinne genießen, Reichtümer und Positionen erringen und Macht ausüben? Oder gibt es etwas jenseits davon, etwas, was wirklicher und erfüllender ist? Diese Fragen müssen in ihm aufgetaucht sein, denn seine Reflexion darüber sind in dem Diskurs das heilige Ziel für uns erhalten geblieben. Auch ich, ihr Mönche, unterlag vor meiner Erwachung selber Geburt, Alter, Krankheit und Tod, Kummer und Schmutz. Auch ich suchte das, was Geburt, Alter, Krankheit und Tod, Kummer und Schmutz unterlag. Dann überlegte ich, weshalb sollte ich, der ich Geburt, Alter, Krankheit und Tod, Kummer und Schmutz unterliege, das suchen, was Geburt, Alter, Krankheit und Tod, Kummer und Schmutz unterliegt? Wie, wenn ich nun, der ich selber der Geburt unterliege und der ich die Gefahr in dem verstanden habe, was der Geburt unterliegt, das Ungeborene, die geburtlose, unvergleichliche Sicherheit, das Nibbana suche? Angenommen, ich, der ich selber dem Alter, der Krankheit und dem Tode, dem Kummer und Schmutz unterliege, suche das Nicht-Alternde, Nicht-Kranke, Todlose, Kummerlose, den unbeschmutzten Zustand, die unvergleichliche Sicherheit, das Nibbana. So schnitt er sich im Alter von 29 Jahren in der Blüte seines Lebens und unter den Tränen seiner Eltern Haar und Bart ab, legte die safranfarbene Robe eines Bettelmönches an, entsagte allem und zog in die Heimatlosigkeit. Die Biografie des Buddha fügt hinzu, dass er den Palast genau an dem Tag verließ, an dem seine Frau ihrem einzigen Kind, dem Knaben Rahula, das Leben geschenkt hatte. Nachdem der Bodhisatta oder der Erwachungssuchende, wie er jetzt genannt wurde, Heim und Familie verlassen hatte, begab er sich südwärts nach Magadha, das heutige Bihar, wo kleine Gruppen Suchender in ruhiger Umgebung nach spiritueller Erleuchtung strebten, meist unter der Führung eines Guru. Zu jener Zeit konnte Nordindien stolz sein auf mehrere vollendete Meister, die berühmt für ihre philosophischen Systeme und Errungenschaften in der Meditation waren. Prinz Siddhartha suchte zwei der hervorragendsten auf, Alara Kalama und Udhaka Ramaputta. Von ihnen lernte er Meditationssysteme, die nach der Beschreibung in den Texten zu urteilen, wohl Vorläufer des Raya-Yoga waren. Der Bodhisatta meisterte ihre Lehren und Meditationsweisen. Doch obwohl er hohe Zustände innerer Sammlung erreichte, fand er diese Lehren ungenügend, weil sie nicht zu dem Ziel führten, das er suchte. Die vollkommene Erwachung und die Verwirklichung des Nibbana, die vollkommene Befreiung vom Leiden. Nachdem er seine Lehrer verlassen hatte, betrat der Bodhisatta einen anderen Weg, einen, der im alten Indien verbreitet war und auch heute noch praktiziert wird. Er betrat den Weg der Askese, der Selbstkasteiung, in der Überzeugung, dass Befreiung dadurch zu erlangen sei, dass man dem Körper Schmerzen zufügt, die jenseits von dem liegen, was normalerweise ertragen werden kann. Sechs Jahre lang folgte der Buddha dieser Methode mit unumstößlicher Entschlossenheit. Er fastete viele Tage lang, bis sein Körper einem von Haut umhüllten Skelett glich. Er setzte sich der sengenden Hitze der Mittagssonne und der Kälte der Nacht aus. Er quälte sein Fleisch derart, dass er fast bis zur Pforte des Todes gelangte. Doch er fand, dass diese Kasteiungen trotz seiner Ausdauer und Aufrichtigkeit vergeblich waren. Später sagte er, dass er den Weg der Selbstkasteiung weitergegangen wäre als alle anderen Asketen, doch hätte dieser nicht zu höherer Weisheit und Erleuchtung, sondern zu körperlicher Schwäche und Verschlechterung seiner geistigen Fähigkeiten geführt. Nun dachte er an einen anderen Weg zur Erwachung, einen, der die notwendige Pflege des Körpers und lange Kontemplation miteinander in ausgeglichener Weise verbindet. Er nannte diesen Weg später den mittleren Weg, weil er das extrem sinnlichen Genusses ebenso wie das der Selbstkasteiung vermeidet. Beide Extreme hatte er selbst erlebt, das erste als Prinz und das letztere als Asket. Beide erkannte er als Sackgassen. Ihm war klar, dass er erst wieder zu Kräften kommen müsste, um den mittleren Weg zu gehen. Er gab seine Askeseübungen auf und nahm wieder Nahhaftes zu sich. Zu der Zeit lebten fünf andere Asketen bei dem Bodhisatta. Sie hofften, dass er sie nach Erlangung seiner eigenen Erwachung würde leiten können. Als sie aber sahen, dass er kräftiges Essen zu sich nahm, verließen sie ihn, da sie dachten, der prinzliche Asket hätte seine Bemühungen aufgegeben und wolle wieder ein luxuriöses Leben führen. Jetzt war er allein, und dieses Alleinsein ermöglichte es ihm, sein Streben ungestört fortzusetzen. Eines Tages, nachdem er wieder zu Kräften gekommen war, näherte er sich einem lieblichen Flecken in Uruvela, am Ufer des Flusses Nerayara. Er bereitete sich einen Sitz aus Stroh unter einem Aswata-Baum, setzte sich mit gekreuzten Beinen nieder und beschloss, sich nicht mehr von diesem Sitz zu erheben, bevor er sein Ziel erreicht hätte. In der Abenddämmerung begab er sich in tiefe innere Sammlung, bis sein Denken völlig ruhig und einspitzig war. Dann, in der ersten Nachtwache, so steht es zu lesen, richtete er seine Konzentration auf seine früheren Leben. Schrittweise bis in vergangene Äonen entfalteten sie sich vor seinem inneren Auge und er sah die Erfahrungen, die er darin machte. Während der zweiten Nachtwache entwickelte er das göttliche Auge. Er sah, wie die Wesen nach ihrem Tode, ihrem Wirken entsprechend, wiedergeboren werden. Und in der letzten Nachtwache durchdrang er die tiefsten Wahrheiten der Existenz, die grundlegendsten Gesetze des Daseins, wodurch er die subtilsten, feinsten Schleier der Unwissenheit von seinem Geist entfernte. Als der Morgen dämmerte, war die unter dem Baum sitzende Gestalt nicht mehr ein Bodhisatta, ein um Erwachung ringender, sondern ein Buddha, ein vollkommen Erwachter, einer, der noch zu Lebzeiten das Todlose erlangt hatte. Der gerade erwachte Buddha blieb mehrere Wochen in der Nähe des Bodhi-Baumes und kontemplierte den Dhamma, die entdeckte Wahrheit, unter verschiedenen Gesichtspunkten. Dann kam er zu einem Kreuzweg seines spirituellen Werdegangs. Sollte er lehren? Sollte er versuchen, seine Verwirklichung mit anderen zu teilen? Oder sollte er lieber ruhig im Wald bleiben und sich allein an der Glückseligkeit der Befreiung erfreuen? Zuerst neigte er dazu, zu schweigen. Er dachte, die gerade verwirklichte Wahrheit wäre zu tief, um von anderen verstanden zu werden, zu schwierig, um in Worte gefasst zu werden, und er fürchtete, er würde nur ermüden bei dem Versuch, anderen seine Verwirklichung mitzuteilen. Aber jetzt erscheint in den Texten ein dramatisches Element. Gerade in dem Moment, als der Buddha beschlossen hatte zu schweigen, erkannte eine hohe Gottheit namens Brahma Sahampati, der Herr der tausend Welten, dass die Welt ohne den makellosen Weg, der zur Befreiung aus dem Leiden führt, verloren geht, wenn der Meister schweigt. Deshalb stieg er zur Erde hinab, verbeugte sich vor dem Erwachten und bat ihn demütig, den Dhamma zu lehren. Für jene mit wenig Staub in den Augen. Da betrachtete der Buddha die Welt mit tiefer Einsicht. Er sah, dass die Menschen wie Lotusblumen in einem Teich in verschiedenen Wachstumsstadien sind. Er verstand, dass ebenso wie manche Lotusblüten nahe an der Wasseroberfläche nur noch Sonnenstrahlen brauchen, um über das Wasser zu wachsen und voll zu erblühen, manche Menschen nur noch die edle Wahrheit zu hören brauchten, um zur Erwachung und vollkommener Befreiung zu gelangen. Als er dies sah, wurde sein Herz von tiefem Mitgefühl bewegt und er entschied sich, die von ihm gefundene Wahrheit in der Welt zu verkünden, jenen, die bereit sind zuzuhören. Die ersten, die er aufsuchte, waren seine früheren Gefährten, die fünf Asketen, die ihn vor einigen Monaten verlassen hatten und sich jetzt im Wildpark von Sarnath bei Benares aufhielten. Er erklärte ihnen die Wahrheit, die er entdeckt hatte, und während sie ihm zuhörten, kamen sie zu eigener Einsicht in seine Lehre und wurden seine ersten Schüler. In den folgenden Monaten wuchs die Gefolgschaft des Erwachten schnell, da sowohl Hausleute wie Asketen, die die befreiende Botschaft hörten, ihre früheren Glaubensrichtungen aufgaben und sich zu seinen Schülern erklärten. Jedes Jahr, bis ins hohe Alter hinein, wanderte er durch die Dörfer und Städte der Gangesebene und lehrte alle, die hören wollten. Nur während der dreimonatigen Regenzeit rastete er, um dann seine Wanderungen wieder aufzunehmen, die sich vom gegenwärtigen Delhi bis weit östlich nach Bengalen erstreckten. Der Buddha gründete einen Sangha, einen Orden für Mönche und Nonnen, für die er detaillierte Regeln niederlegte. Dieser Orden lebt bis auf den heutigen Tag und ist wohl die älteste kontinuierliche Institution der Welt. Er zog auch viele Laien an, die den Meister und seinen Sangha hingebungsvoll unterstützten. Nachdem er 45 Jahre gelehrt hatte, begab sich der Buddha im hohen Alter von 80 Jahren in die nördliche Stadt Kusinara. Dort ging er, umringt von vielen seiner Nachfolger, in das Nibbana ein, ohne einen bedingten Überrest, für immer befreit von den Fesseln des Samsaras, des Kreislaufes der Wiedergeburten. Ich sagte vorhin, dass jedes der größeren Ereignisse im Leben des Buddha eine besondere Lektion seiner Lehre für uns darstellt. Jetzt möchte ich die durch diese Ereignisse angedeuteten Lektionen hervorheben. Das Erwachen des Bodhisatta und seine Durchschauung der leidhaften Grundlage der menschlichen Existenz, seine Erkenntnis, dass wir gefesselt sind an Alter, Krankheit und Tod, lehrt uns, wie wichtig es ist, selbst tief darüber nachzudenken und unser Leben kritisch zu betrachten. Sein Erwachen reflektiert für uns den Schlafwandel, in dem wir gewöhnlich im Sumpf unserer Vergnügungen und kleinlichen Angelegenheiten leben und wie wir dabei die großen Dinge vergessen, die uns jeden Augenblick unseres Lebens ins Gesicht starren. Sein Erwachen erinnert uns daran, dass wir selbst aus dem bequemen, doch gefährlichen Kokon unserer Unwissenheit, in den wir uns eingesponnen haben, heraus müssen. Er erinnert uns daran, dass wir von der gedankenlosen Verliebtheit in unserer Jugend, Gesundheit und Vitalität loskommen und zu einer neuen Ebene reiferen Verstehens aufsteigen müssen, das uns ermöglicht, bei unserer unausweichlichen Begegnung mit dem Herrn des Todes zu triumphieren. Dass der Bodhisatta seinen Palast verließ, seine große Entsagung, lehrt uns etwas über Werte. Diese Lektion zeigt uns, dass das Streben nach eigener Erwachung und Befreiung innerhalb der großen Skala von Werten, mit denen wir Ordnung in unser Leben bringen können, vorherrschen sollte. Dieses Ziel steht hoch über dem Vergnügen, dem Reichtum und der Macht, die wir normalerweise vorziehen. Es steht sogar über gesellschaftlichen Pflichten und weltlicher Verantwortung. Das heißt natürlich nicht, dass jeder, der dem Pfad des Buddha folgen möchte, bereit sein muss, Heim und Familie hinter sich zu lassen und den Lebensstil eines Mönches oder einer Nonne anzunehmen. In der Gemeinschaft der Nachfolger des Buddha waren neben den Ordensangehörigen auch viele Hausleute, hingebungsvolle Laien beiderlei Geschlechts, die hohe Grade der Erweckung mitten in ihrem aktiven Leben in der Welt erlangten. Aber das Beispiel des Buddha zeigt uns, dass wir alle unsere Werte entsprechend einer Skala ordnen müssen, die dem wertvollsten Ziel den höchsten Platz einräumt, dem Nibbana. Nie sollten wir dem Anspruch weltlicher Verpflichtungen erlauben, uns von unserem höheren Trachten abzubringen. Als nächstes zeigt uns der sechsjährige Kampf des Bodhisattas, dass das Streben nach dem höchsten Ziel anstrengend ist und tiefe Hingabe und unablässige Bemühungen erfordert. Zu unserem Glück fand der Bodhisattar, dass die Übung der Selbstkasteiung fruchtlos ist und wir ihm in diese Richtung nicht zu folgen brauchen. Aber seine kompromisslose Suche nach Wahrheit unterstreicht, dass das Streben nach Erwachung viel Mühe mit sich bringt und die ernsthaft Suchenden bereit sein müssen, sich einer schwierigen und anspruchsvollen Schulung zu unterwerfen. Die Erwachung des Buddha lehrt uns, dass die höchste Weisheit und die endgültige Befreiung vom Leiden für alle menschlichen Wesen möglich ist und wir dieses Ziel selbst ohne die Hilfe oder Gnade eines äußeren Retters verwirklichen können. Seine Erwachung hebt auch das Ideal vernünftiger Mäßigung den mittleren Weg hervor, der den Buddhismus durch seine lange Geschichte hindurch charakterisiert hat. Die Wahrheitssuche mag ein schwieriges Unterfangen sein, eines, das harte Anforderungen an uns stellt, aber es verlangt keine harte Buße und Selbstbestrafung von uns. Der letztendliche Sieg wird nicht dadurch errungen, dass wir unseren Körper quälen, sondern unseren Geist entwickeln. Und dies erreichen wir durch eine Schulung, in der sich die Pflege des Körpers und die Kultivierung unserer höheren spirituellen Fähigkeiten die Waage halten. Der vom Buddha nach seiner Erwachung gefasste Entschluss ist eine weitere Lektion für uns. An dem kritischen Wendepunkt, als er die Wahl hatte, entweder seine Erwachung für sich selbst zu behalten oder sich der Herausforderung zu stellen, andere zu lehren, an diesem Punkt herrschte in seinem Herzen das Mitgefühl vor. Indem er die Stille des Waldes aufgab, nahm er die Bürde auf sich, die irrende Menschheit auf den Weg zur Befreiung zu führen. Diese Wahl hatte einen ungeheuren Einfluss auf die spätere Entwicklung des Buddhismus, denn durch seine lange Geschichte hindurch ist der Geist des Mitgefühls sein Herzschlag und sein innerster belebender Geist geblieben. Das Mitgefühl des Buddha motivierte buddhistische Mönche und Nonnen unter Lebensgefahr über Meere, Berge und durch Wüsten zu reisen, um die Segnungen des Dhamma mit jenen zu teilen, die noch im Dunkeln verloren waren. Es ist dieses Vorbild an Mitgefühl, das auch heute noch viele Buddhisten in unterschiedlicher Weise inspiriert, auch wenn sie ihr Mitgefühl nur in bescheidenen Taten der Güte und des Zartgefühls für jene ausdrücken, denen es schlechter geht. Und schließlich lehrt uns das Hinscheiden des Buddha, sein Erlangendes Nibbana, dass alles Bedingte dem Gesetz der Vergänglichkeit unterliegt und dass selbst der größte aller spirituellen Meister keine Ausnahme von diesem Gesetz bildet, so wie er selbst verkündet hat. Sein Hinscheiden lehrt uns auch, dass höchste Glückseligkeit und höchster Friede nur dadurch kommen, dass man alles Bedingte loslässt. Denn dies ist der letztendliche Eingangsweg zur Erlangung des Unbedingten, des Todlosen, des Nibbana. Die Mission des Buddha Die Frage, weshalb die Lehre des Buddha so viele Menschen aus allen Gesellschaftsschichten im Nordosten Indiens anzog, ist auch heute noch für uns relevant. Denn wir leben in einer Zeit, in der der Buddhismus eine wachsende Anzahl von Menschen stark anspricht, und zwar besonders jene, deren innere Reife und Fähigkeit zur Reflexion sie gegenüber den Ansprüchen der Offenbarungsreligionen gleichgültig machen. Ich glaube, der bemerkenswerte Erfolg des Buddhismus sowie sein zeitgenössischer Aspekt können hauptsächlich im Hinblick auf das Ziel der Lehre und ihre Methodologie verstanden werden. Das Ziel der Lehre Anders als die Offenbarungsreligionen, die auf Vertrauen in unverifizierbare Doktrinen beruhen, formuliert der Buddha seine Lehre auf eine Art, die das kritische Problem im Herzen der menschlichen Existenz direkt anspricht, das Problem des Leidens. Und der Buddha verspricht, dass jene, die seiner Lehre bis zu Ende folgen, auch das höchste Glück und den tiefsten Frieden erfahren werden. Alle anderen Belange, wie etwa theologische Dogmen, metaphysische Feinheiten, Rituale und Regeln der Verehrung, schiebt der Buddha als irrelevant zur Seite, sofern es um die dringliche Aufgabe geht, nämlich das Problem des Leidens zu ergründen. Diese pragmatische Ausrichtung der Lehre wird durch eine Stelle in den Texten klar belegt. Ein Mönch namens Malunkia Putta grübelte einmal über große, metaphysische Fragen nach, die Welt ewig oder nicht ewig, unendlich oder endlich sei, und so weiter, und fühlte sich unglücklich, weil der Buddha sich geweigert hatte, darauf zu antworten. Deshalb ging er eines Tages zum Meister und sagte, entweder ihr beantwortet mir diese Fragen oder ich verlasse den Orden. Darauf sagte der Buddha, dass das spirituelle Leben nicht von den Antworten auf diese Fragen abhinge, die lediglich von der wirklichen Herausforderung, dem Weg zu folgen, ablenkten. Dann verglich er den Metaphysiker mit einem Mann, der von einem vergifteten Pfeil getroffen wird und der zudem von seinen Verwandten herbeigerufenen Chirurgen sagt, Sie dürfen den Pfeil erst entfernen, nachdem Sie mir den Namen des Mannes gesagt haben, der auf mich schoss, ferner die Art des benutzten Pfeils, das Material, aus dem er gefertigt wurde, und die Art von Gift, die benutzt wurde. Dieser Mann, so sagte der Buddha, würde sterben, bevor der Pfeil entfernt werden könnte. Ebenso würde der vom Pfeil des Leidens getroffene Metaphysiker sterben, ohne den Weg zur Freiheit gefunden zu haben. Der Buddha macht nicht nur das Leiden und die Erlösung vom Leiden zum Mittelpunkt seiner Lehre, sondern er behandelt das Problem des Leidens auf eine Art, die einen außergewöhnlichen Grad an psychologischer Einsicht zu erkennen gibt. Wie ein Psychoanalytiker führt der Buddha das Leiden auf seine Wurzeln in unserem Geist und unserem Herzen zurück, auf unser starkes Verlangen und Festhalten. Und er behauptet, dass die Heilung, die Lösung des Problems des Leidens, ebenso innerhalb unseres Geistes und unseres Herzens erlangt werden muss. Um frei vom Leid zu werden, ist es nutzlos, zu den Göttern zu beten, heilige Gegenstände zu verehren, uns Ritualen und Zeremonien hinzugeben. Da das Leiden aus unseren eigenen mentalen Verunreinigungen entsteht, müssen wir uns von eben diesen Verunreinigungen befreien, von unserer Gier, unserem Hass und unserer Unwissenheit. Und dies fordert tiefe innere Ehrlichkeit. Während andere Religionen uns nach außen führen, zu Ideen über eine Gottheit, die unser Schicksal bestimmt, oder zu hohen philosophischen Abstraktionen wie die Idee des Universalen Selbst oder eine nicht-duale Realität, in der alle Gegensätze aufgehoben sind, führt uns der Buddha zurück zu uns selbst, wobei seine Lehre immer in Einklang mit den harten Fakten der Erfahrung steht. Im Vordergrund seiner Analyse steht der Geist. Der Buddha sagt uns, dass unser Geist unser Handeln formt, unser Schicksal gestaltet, uns zu Elend oder Glück hinführt. Der Beginn der Lehre dreht sich um den gewöhnlichen Geist, der im Leiden gefesselt ist. Der Endpunkt ist der von Gier, Hass und Unwissenheit erlöste Geist, befreit vom Leiden. Die ganze Lehre entfaltet sich zwischen diesen beiden Punkten in geradester Linie. Merkmale der Lehre Erstens Selbstvertrauen Die Diskussion über das Ziel der Lehre des Buddha führt uns zu den Merkmalen der Lehre. Eines ihrer anziehendsten Merkmale, das eng mit ihrer psychologischen Ausrichtung verbunden ist, ist die Betonung des Selbstvertrauens. Für den Buddha besteht der Schlüssel zur Befreiung in geistiger Reinheit und richtigem Verständnis. Aus diesem Grund lehnt er die Meinung ab, dass das Heil dadurch erreichbar wäre, dass wir uns an irgendeine äußere Autorität anlehnen. Er sagt, Man selbst tut das Böse, man selbst verunreinigt sich, man selbst unterlässt das Böse, man selbst reinigt sich. Reinheit und Verunreinigung hängen von einem selber ab. Niemand kann einen anderen reinigen. Diese Betonung der eigenen Anstrengung, unserer Fähigkeit zur Selbstbefreiung, ist ein deutliches Merkmal des frühen Buddhismus und stellt eine bemerkenswerte Bejahung der menschlichen Möglichkeiten zur eigenen Befreiung dar. Der Buddha nimmt keinen göttlichen Status für sich selbst in Anspruch, auch behauptet er nicht, dass er ein Mittler für das menschliche Heil sei. Er beansprucht nicht ein persönlicher Retter, sondern ein Führer und Lehrer zu sein. Ihr selbst müsst euch bemühen, der Erwachte weist nur den Weg. Jene, die ihren Geist sammeln und den Weg gehen, werden befreit von den Fesseln des Todes. Immer wieder lehrt er eindringlich seine Schüler, Seid euch selbst eine Insel, nehmt zu euch selbst Zuflucht, schaut nicht auf irgendeine äußere Zuflucht. Sogar auf seinem Totenbett gab er seiner Gefolgschaft diesen letzten Rat. Alle bedingten Dinge unterliegen dem Verfall. Er langt das Ziel durch Fleiß. Zweitens, Betonung der eigenen Erfahrung. Da Weisheit oder Einsicht das Hauptinstrument zur Erwachung ist, fordert der Buddha seine Schüler immer auf, ihm nach Maßgabe ihres eigenen Verständnisses zu folgen, nicht aber aus gehorsam oder blindem Vertrauen. Er lädt die Fragenden ein, sie im Lichte ihrer eigenen Vernunft und Intelligenz zu untersuchen und sich ihre Wahrheit selbst bestätigen zu lassen. Der Buddha kam einmal in die Stadt der Kalama, die schon von vielen anderen Asketen besucht worden war. Jeder Lehrer hatte seine eigene Doktrin hervorgehoben und die Ansicht seiner Rivalen herabgezogen. Dadurch waren die Kalama völlig verwirrt. Als der Buddha kam, gingen sie zu ihm, erklärten ihr Dilemma und fragten, ob er ihnen nicht raten könne. Der Buddha lobte seine eigene Lehre nicht, noch griff er jene Lehre an. Er sagte ihnen vielmehr, geht nicht nach Traditionen, nicht danach, was einer dem anderen nachspricht, nicht nach Hören sagen, nicht nach der Autorität von Schriften, nicht nach Spekulationen, nicht nach bloßen logischen Schlüssen, nicht danach, ob euch eine Meinung gefällt, nicht nach dem Anschein der Wahrscheinlichkeit, nicht nach einem Asketen oder Guru, sondern, wovon ihr bei euch selber einsehen könnt, diese Eigenschaften sind heillos, tadelhaft, werden von Verständigen missbilligt, diese Dinge führen, ausgeführt und unternommen zum Unheil, zum Leiden. Das gebt auf. Drittens, Universalität Weil die Lehre des Buddha vom universalsten aller menschlichen Probleme handelt, dem Problem des Leidens, ist seine Lehre eine universelle Botschaft, die sich an alle menschlichen Wesen einfach aufgrund ihres Menschseins richtet. Zu der Zeit, als der Buddha in Indien erschien, waren die höheren religiösen Lehren, wie sie in den Veden aufgezeichnet waren, den Brahmanen vorbehalten, einer privilegierten Elite, die Opfer und Rituale für andere durchführte. Die gewöhnlichen Menschen wurden aufgefordert, ihre Pflichten im Geiste der Demut zu erfüllen, in der Hoffnung, dass sie eine glücklichere Wiedergeburt erlangen und damit Zutritt zu den geheiligten Lehren erhalten würden. Der Buddha aber grenzte die Menschen, denen er seine Lehre darlegte, in keiner Weise ein. Er machte vielmehr deutlich, dass der persönliche Charakter und das eigene Verhalten, nicht aber familiäre Herkunft und Kastenzugehörigkeit darüber entschieden, ob eine Person edel sei. Damit öffnete er allen Klassen der Gesellschaft die Tore zur Befreiung. Brahmanen, Könige und Prinzen, Kaufleute, Bauern, Arbeiter und sogar Kastendose, alle waren unterschiedslos willkommen, seine Lehre zu hören und viele aus den unteren Klassen erreichten den vollkommenen Heilsstand, die völlige Befreiung vom Leiden. Innerhalb der größeren indischen Gesellschaft versuchte der Buddha nicht das Kastenwesen abzuschaffen, das sich anscheinend noch nicht zu dem komplexen unterdrückerischen System entwickelt hatte, zu dem es mehrere Jahrhunderte später wurde. Er verwahrte sich jedoch ausdrücklich gegen die orthodoxe Ansicht der Brahmanen, dass der Klassenstatus eines Menschen etwas über seinen inneren Wert aussage. Innerhalb des Sangha, des monastischen Ordens, übersah er alle Klassenunterschiede und erklärte, ebenso wie die Wasser der vier großen Flüsse in den Ozean fließen und damit einfach als Wasser des Ozeans gelten, so geben die Menschen aller vier Klassen ihre gesellschaftliche Stellung auf, sobald sie nach meiner Lehre im Orden leben, dann gelten sie einfach als Schüler des Buddha. Es gehörte auch zur Universalität des Buddha, dass er den Frauen die Tore seiner Lehre öffnete. Unter den Anhängern des Brahmanismus waren die geheiligten Lehren der Bereich der Männer Frauen sollten ihre Hausarbeit pflichtgemäß erfüllen, für ihre Ehemänner und deren Eltern und Brüder sorgen und Kinder gebären, vorzugsweise Söhne. Sie waren von den vedischen Ritualen ausgeschlossen und sogar die Lehren der Upanishaden waren bis auf wenige Ausnahmen das Vorrecht der Männer. Der Buddha hingegen lehrte den Dhamma für Männer und Frauen. Zuerst zögerte er, einen Nonnenorden zu gründen, da dies zu seiner Zeit einen sehr radikalen Schritt darstellte. Aber nachdem er der Einrichtung eines Nonnenordens zugestimmt hatte, gingen Frauen aus allen Schichten, Prinzessinnen, Hausfrauen, Töchter aus guten Familien, Dienerinnen, sogar frühere Prostituierte, in die Hauslosigkeit und erreichten das höchste Ziel. Viertens Regeln der Ethik Ein Aspekt der Universalität des Buddha muss besonders erwähnt werden, und zwar seine universalen Regeln zur Ethik, Tugendgebote. Es wäre nicht richtig zu sagen, dass der Buddha als erster religiöser Lehrer einen Moralkodex aufstellte, denn moralische Regeln verschiedener Arten waren seit Beginn der Zivilisation niedergelegt worden. Aber es dürfte nicht so weit hergeholt sein, zu sagen, dass der Buddha einer der allerersten Lehrer war, der wahre moralische Prinzipien von dem komplexen Gewebe gesellschaftlicher Normen und gemeinschaftlicher Bräuche, mit denen sie im Allgemeinen dicht verwoben sind, trennte. Mit großer Scharfsicht liefert uns der Buddha ein abstraktes Prinzip als Leitlinie, um die grundlegendsten Gebote der Tugend zu bestimmen. Dies ist die Regel, sich selbst als Maßstab zu nehmen, um zu entscheiden, wie man andere behandeln soll. Aus diesem abstrakten Prinzip bezieht er die vier Hauptgebote moralischen Verhaltens, sich des Tötens, des Stehlens, des sexuellen Missbrauchs und des Lügens zu enthalten. Im Interesse des persönlichen Wohls und der gemeinschaftlichen Harmonie fügt er ein Fünftes hinzu, sich jeglicher Rauschmittel zu enthalten. Insgesamt geben uns diese fünf Tugendgebote die Grundlage für die Ethik des Buddhismus. Der Buddha betrachtete richtiges Tugendverhalten jedoch nicht nur als eine auf Vernunft basierende Reihe von Regeln. Er lehrte, dass es ein universales Gesetz gibt, das unser Verhalten mit unserem persönlichen Geschick verbindet und sicherstellt, dass letztendlich eine moralische Gerechtigkeit in der Welt herrscht. Dies ist das Gesetz des Karma und seiner Früchte, das Gesetz von Ursache und Wirkung. Es besagt, dass unsere absichtlichen Handlungen über die Art unserer Wiedergeburt entscheiden, dass sie die Qualität unseres Erlebens bewirken im jetzigen und im späteren Leben. Dieses Gesetz wirkt völlig unpersönlich. Es gibt niemandem eine Vorzugsbehandlung, es kennt keine VIPs oder Favoriten, sondern es funktioniert allen gegenüber mit absoluter Gerechtigkeit. Jene, die die Gebote der Tugend verletzen, seien sie aus einer hohen oder niedrigeren Klasse, reich oder arm, ziehen sich unheilsames Karma zu und müssen die Konsequenzen erleiden, eine schlechte Wiedergeburt und zukünftiges Elend. Jene, die die Gebote der Tugend befolgen und sich danach verhalten, sammeln heilsames Karma an, das zu zukünftigem Nutzen führt, einer guten Wiedergeburt, einem glücklichen Leben und Fortschritt auf dem Weg zur endgültigen Befreiung. In Übereinstimmung mit der psychologischen Ausrichtung seiner Lehre beachtete der Buddha besonders die subjektiven Quellen der Moralität. Er führte unmoralisches Verhalten auf drei mentale Faktoren zurück, die sogenannten drei unheilsamen Wurzeln, Gier, Hass und Verblendung. Ethisches Verhalten führt er auf ihr Gegenteil, die drei heilsamen Wurzeln, Nicht-Gier oder Großzügigkeit, Nicht-Hass oder Güte und Nicht-Verblendung oder Weisheit zurück. Er lenkt uns auch zu einer verfeinerten inneren Stufe ethischer Reinheit hin, die dadurch erreicht wird, dass wir in der Meditation vier hochherzige Haltungen entwickeln, die sogenannten göttlichen Verweilungen. Diese sind liebevolle Güte, der Wunsch, dass alle Wesen glücklich und wohl auf sein, Mitgefühl, der Wunsch, dass alle Leidenden von ihrem Leid befreit sein mögen, Mitfreude, Freude über das Glück und den Erfolg anderer und Gleichmut. Unparteilichkeit des Geistes. Diese vier Haltungen sind allen Wesen gegenüber ohne Unterschied oder Bevorzugung nach und nach zu entwickeln. Bevor ich schließe, möchte ich ein weiteres Merkmal der Methode des Buddha erwähnen, und zwar das, was man Geschicklichkeit in den Mitteln nennen könnte. Durch die Früchte seiner tiefen inneren Sammlung und seiner erleuchteten Weisheit hatte der Buddha die besondere Fähigkeit für jeden, der um seinen Rat bat, den genauen Übungsweg zu wissen. Er konnte in den versteckten Tiefen eines jeden Herzens lesen, die Fähigkeiten und Interessen der Betroffenen erkennen und seine Lehre in genau der Weise formulieren, die nötig war, um die Betroffenen zu transformieren und sie auf den Pfad zur Freiheit zu führen. Die Texte zeigen viele Beispiele für diese überragende pädagogische Geschicklichkeit des Buddha. Ich möchte hier nur zwei berühmte Beispiele nennen. Das erste ist der Fall des Angulimala, eines Massenmörders, der im Wald von Kosala vor der Hauptstadt Savati lebte. Angulimala überfiel Reisende, tötete sie und schnitt ihnen die Finger ab, um sich daraus eine Kette zu machen, die er um den Hals trug. Er hatte hunderte von Menschen getötet und wurde im ganzen Königreich gefürchtet. Man wolle ihn tot oder lebendig, aber niemand hatte den Mut, ihn zu verfolgen. Der Buddha sah jedoch mit seinem übersinnlichen Blick, dass Angulimalas Charakter eine zweite Seite hatte. Deshalb ging er eines Tages ganz allein in den Wald, in dem Angulimala lebte. Als Angulimala ihn sah, dachte er, ich will jetzt diesen Asketen töten und mir einen Finger für meine Halskette abschneiden. Er begann ihm nachzulaufen, wobei er sein Messer in die Luft hochhielt. Aber ganz gleich, wie schnell er auch lief, er konnte ihn nicht einholen. Denn der Buddha setzte, während er langsam ging, eine übernatürliche psychische Fähigkeit ein, sodass der mit aller Kraft laufende Angulimala ihn einfach nicht erreichen konnte. Angulimala lief und lief, aber kam um keinen Zentimeter weiter. Da rief er aus, bleib stehen, Asket, bleib stehen. Der Buddha antwortete, ich bin stehen geblieben, Angulimala, bleib auch du stehen. Diese Worte beeindruckten den Kriminellen tief, so tief, dass sie ihm bis ins Herz reichten. Er erkannte, dass der Asket vor ihm der berühmte Lehrer war, der erwachte und er wusste, dass der Buddha aus Mitgefühl zu ihm gekommen war, um ihn von seinen schrecklichen Taten zu erretten. Er warf sein Messer weg, verneigte sich vor den Füßen des Meisters und bat ihn, ihn als Mönch aufzunehmen. Der Buddha nahm ihn in den Orden auf und nach kurzer Zeit wurde er ein Arahand, vollkommen weise und tief mitfühlend. Die zweite Geschichte betrifft die Frau Kisa Gotami. Sie war arm und hatte in eine wohlhabende Familie hineingeheiratet. Sie bekam aber keine Kinder und wurde deshalb von der Familie ihres Mannes verachtet. Das machte sie sehr unglücklich. Doch eines Tages gebar sie einen Jungen, der für sie zur Quelle grenzenloser Freude wurde. Nachdem sie nun einen Erben für den Reichtum der Familie geboren hatte, wurde sie von allen Familien Mitgliedern akzeptiert. Aber nach einigen Monaten starb der Säugling und Kisagotami wurde wirr. Sie weigerte sich zu glauben, dass der Junge tot sei und redete sich ein, er wäre nur krank. Sie ging zu allen Leuten um Medizin für ihren Sohn zu erbitten. Die anderen lachten über sie, beschimpften sie und nannten sie wahnsinnig, bis sie schließlich zum Buddha kam. Als sie ihn um Medizin bat, hielt er ihr keine große Rede über die Vergänglichkeit. Er sagte ihr vielmehr, dass er sehr wohl eine Medizin für ihren Sohn zubereiten könne, aber dazu müsste sie ihm eine Zutat beschaffen, und zwar Senfkörner aus einem Heim, in dem noch nie jemand gestorben wäre. Ziemlich optimistisch ging sie von Haus zu Haus und bat um einige Senfkörner. Überall gaben ihr die Menschen bereitwillig Senfkörner, aber wäre, erfuhr sie, hier starb ein Vater, hier eine Mutter, hier eine Ehefrau, hier ein Ehemann, ein Bruder, eine Schwester, und so weiter. So wurde ihr klar, dass der Tod das universelle Schicksal aller lebenden Wesen ist, nicht ein einzigartiges Unglück, das nur ihrem Sohn zugestoßen war. Als sie wieder zum Buddha ging, war sie sich des universalen Gesetzes der Vergänglichkeit bewusst. Als der Meister sie kommen sah, fragte er, bringst du die Senfkörner, Gotami? Und sie antwortete, erledigt, o Herr, ist diese Sache mit den Senfkörnern, lasst mich Zuflucht nehmen. Der Buddha nahm sie als Nonne in den Orden auf, und nach einiger Zeit verwirklichte sie das höchste Ziel und wurde eine der hervorragendsten Nonnen im Bikuni Sangha, Kurz gesagt, es war die Mission des Buddha, einen Weg zur spiritueller Vervollkommnung, zur vollkommenen Erwachung, zum Nibbana, der vollkommenen Leidbefreiung aufzuzeigen. Dies tat er, indem er eine Lehre vortrug, die unsere Fähigkeit, spirituelle Vervollkommnung zu erreichen, bejaht und gleichzeitig die Intelligenz und Autonomie menschlicher Wesen respektiert. Seine Lehre ist psychologisch orientiert, undogmatisch, pragmatisch und steht eigenen Untersuchungen offen. Er betonte die eigene Bemühung und moralische Aufrichtigkeit und die persönliche Verantwortung. Er verkündete seine Botschaft als universal und erklärte, dass das Potenzial für spirituelles Wachstum auch für die höchste Erwachung in jedem sei, der die entsprechende Anstrengung mache. Diese Faktoren geben der uralten Lehre des Buddha den modernen Anflug, der sie für uns in unserer Zeit der sich wandelnden Ideen und wechselnden Werte so relevant macht. Der Dhamma Es ist besonders wichtig, die Lehre des Buddha, die man Dhamma, die Wahrheit oder das Gesetz nennt, sorgfältig zu untersuchen, weil der Buddha als Religionsgründer in erster Linie als Lehrer wirkte und nicht als ein persönlicher Retter. Deshalb setzte er seine Lehre an die erste Stelle und sagte sogar, wer die Lehre sieht, der sieht mich und wer mich sehen will, soll die Lehre sehen. Der Dhamma kann unter zwei Hauptpunkten besprochen werden. Einer ist die Lehre an sich, der andere der Übungsweg. Diese stellen den philosophischen bzw. den praktischen Aspekt der Lehre dar. Die Hauptformel der Lehre ist die der vier edlen Wahrheiten. Die Hauptformel der Übung ist die des achtgliedrigen Heilsweges. Beide sind jedoch eng miteinander verwoben, denn der achtgliedrige Heilsweg ist, wie wir noch sehen werden, die vierte der vier edlen Wahrheiten, während der erste Schritt des achtgliedrigen Heilsweges die rechte Anschauung, das Verstehen der vier Wahrheiten bedeutet. Die Lehre Die Lehre kommt natürlich zuerst, denn sie klärt den Zusammenhang, innerhalb dessen die Übung steht. Als der Buddha seine erste Rede vor den fünf Asketen in Benares hielt, sagte er, dass er keine vollkommene Erwachung für sich in Anspruch genommen habe, solange er die vier edlen Wahrheiten in all ihren mannigfaltigen Details noch nicht verstanden hatte. Als er aber die vier Wahrheiten vollkommen verstanden hatte, stellte er fest, dass er die unübertreffliche vollkommene Erwachung in dieser Welt samt ihren Göttern und Menschen erlangt hatte. An dieser Aussage können wir ermessen, wie wichtig die Lehre ist, um die Botschaft des Buddha zu verstehen. An anderer Stelle sagte der Buddha, dass wir schon so lange in diesem anfanglosen Daseins Kreislauf gewandert seien, weil wir die vier edlen Wahrheiten nicht werden, während jene, die diese Wahrheiten völlig durchdringen, vom Samsara befreit werden. Die vier edlen Wahrheiten sind die edle Wahrheit vom Leiden die edle Wahrheit vom Ursprung des Leidens die edle Wahrheit von der Beendigung des Leidens die edle Wahrheit vom Vorgehen zur Beendigung des Leidens diese Formel macht ganz deutlich, dass die vier edlen Wahrheiten alle ein gemeinsames Thema behandeln, nämlich das Problem des Leidens. Das Thema wird unter vier verschiedenen Blickwinkeln gesehen, das Problem selbst, seine Ursache, seine Lösung und die Mittel zur Lösung. Das Pali-Wort bedeutet ursprünglich Schmerz, Leid, Elend und so weiter, doch der Buddha machte aus diesem gebräuchlichen Begriff den Eckstein einer umfassenden philosophischen Vision. Innerhalb des Zusammenhangs seiner Lehre bedeutet Dukka nicht nur einfach Schmerz und Leid, sondern verweist auf ein grundsätzliches Ungenügen oder Unbefriedigt Sein an der Wurzel der individuellen Existenz, auf eine Unzulänglichkeit, die hinter allen weltlichen Vergnügungen und Leistungen liegt. Der Grund, aus dem alle weltlichen Bedingungen als Dukka unzulänglich und unbefriedigend gelten, ist in ihrer Unbeständigkeit und Unstabilität zu sehen. Ihnen fehlt ein substanzieller Kern oder ein unveränderliches Selbst. Sie können uns nicht dauerhaft glücklich machen oder vor Veränderungen und Verlust schützen. Das Wort Dukka weist also auf einen fundamentalen Mangel an Vollkommenheit im Leben hin. Es deutet auf die Lücke zwischen dem idealen Zustand anhaltenden Glücks, nachdem wir so sehr verlangen, und den Stolpersteinen und Dornen hin, die die lebendige Erfahrung uns unvermeidlich vor die Füße wirft. Wir werden später noch mehr über diese erste Wahrheit sagen, möchten aber schon jetzt bemerken, dass die vier edlen Wahrheiten als Teil eines dichten logischen Musters zusammen gehören. Die Logik des Musters untersteht dem Gesetz von Ursache und Wirkung. Die ersten beiden Wahrheiten zeigen das Gesetz von Ursache und Wirkung in Beziehung zu Leid und Knechtschaft. Zuerst betont der Buddha stark die Wirkung, nämlich Leiden. Dann weist er auf die Ursache des Leidens, nämlich starkes Verlangen hin. Die beiden weiteren Wahrheiten zeigen das Gesetz von Ursache und Wirkung in Beziehung zu Glück und Befreiung. Erstens die Beendigung des Leidens, das ist Nibbana, und dann die Mittel, die zum Erreichen der vollkommenen Leidensbefreiung, dem Nibbana, Das ist der achtgliedrige Heilsweg. Der Buddha kehrt hier die übliche Frage von Ursache und Wirkung um, weil er uns erst die Tatsache vor Augen führen möchte, dass unser Leben von Leid durchzogen ist und völlige Befreiung vom Leid möglich ist, bevor er uns die Ursachen dafür zeigt. Wenn wir erst einmal eingesehen haben, dass unser Leben problematisch ist, dann müssen wir die Ursache kennenlernen, um sie entfernen zu können. Und wenn wir erst einmal darauf vertrauen, dass Befreiung vom Leiden erreichbar ist, dann müssen wir den Pfad kennen, dessen Befolgung zur Befreiung führt. In dieser Hinsicht verläuft die Struktur der vier edlen Wahrheiten vollkommen parallel zu der Formel, nach der ein Arzt einen Patienten behandelt. Wenn ein Patient einen Arzt aufsucht, um sich behandeln zu lassen, beginnt der Arzt damit, eine Diagnose zu stellen, d.h. er stellt die Natur der Krankheit fest, unter der der Patient leidet. Dies entspricht der ersten edlen Wahrheit, mit der uns der Buddha zeigt, dass das menschliche Leben mit Dukka geschlagen ist, und in der er die verschiedenen Arten von Dukka aufzählt, die uns zu schaffen machen. Nachdem der Arzt die Diagnose gestellt hat, folgt die Äthiologie. Er versucht, die Krankheit auf ihre Ursache zurückzuführen. Das ist genau das, was der Buddha uns in der zweiten edlen Wahrheit zeigt, indem er das Leiden auf seine Ursache zurückführt und diese im starken Verlangen lokalisiert. Als dritten Schritt stellt der Arzt eine Prognose. Er entscheidet, was getan werden muss, um die Krankheit zu heilen. Das entspricht der dritten edlen Wahrheit, in der der Buddha feststellt, dass das Leiden dadurch beendet werden kann, dass man das Verlangen, dem es entspringt, entfernt. Und als vierten und letzten Schritt verschreibt der Arzt eine bestimmte Behandlung, um die Krankheit zu heilen. Genau das tut der Buddha mit der vierten edlen Wahrheit. Er verschreibt den achtgliedrigen Heilsweg als Medizin, um die Krankheit des Leidens zu heilen. Die edle Wahrheit vom Leiden Schauen wir uns jetzt die vier edlen Wahrheiten nacheinander genauer an. Der Buddha erläutert die erste edle Wahrheit gewöhnlich nicht mit einer Erklärung, sondern mit einer Aufzählung der verschiedenen Arten von Leid, denen wir im Laufe unseres Lebens begegnen. Er beginnt mit vier Arten körperlichen Leidens. Geburt, Alter, Krankheit und Tod. Es steht außer Zweifel, dass die letzten drei leidvoll sind, denn wir alle lieben Jugend, Gesundheit und das Leben und fühlen uns elend, wenn diese in Alter, Krankheit und bevorstehenden Tod übergehen. Die Geburt stellt Leiden aus dem einfachen Grund dar, dass sie den Durchgang zu allen anderen Leidensformen bildet. Danach erwähnt der Buddha drei Arten von geistigem Leid. Mit unangenehmen Menschen und Bedingungen verbunden zu sein, von angenehmen Menschen und Bedingungen getrennt zu sein und nicht zu bekommen, was man möchte. Schließlich äußert er etwas, was schwierig zu verstehen ist. Kurz gefasst ist Leiden gleich bedeutend mit den fünf Zusammenhäufungen, die der Anhaftung unterliegen. Die fünf Zusammenhäufungen, die der Anhaftung unterliegen, sind die grundlegenden Komponenten unserer Existenz, die Elemente, die unser individuelles Dasein bilden. Diese fünf sind Körperlichkeit durch die Sinne erfahrbare Formen, Gefühle, Wahrnehmung, Gestaltungen und Bewusstsein. Sie werden Zusammenhäufungen genannt, weil jede aus mehreren Komponenten besteht und es wird von ihnen gesagt, dass sie der Anhaftung unterliegen, weil sie die Dinge darstellen, an denen wir gewöhnlich haften und zwar in der Annahme, dass sie unsere persönliche Identität seien, unser Selbst. Alle unsere Erfahrungen, so sagt der Buddha, fallen in der Analyse unter diese fünf Komponenten. Es gibt kein beständiges Selbst, weder hinter ihnen noch in ihnen. Die fünf Zusammenhäufungen sind alle Anatha, nicht mein, nicht ich, nicht ein Selbst. Sie sind vorübergehende Ereignisse, die sich ständig wandeln und in schneller Folge entstehen und vergehen. Die sichtbare Form Körper ist eine Folge sich verändernder physischer Phänomene. Gewebe, Zellen, Moleküle, Atome, Elektronen entstehend, sich verändernd und vergehend. Auch unsere Gefühle, unsere Wahrnehmungen und unsere Absichten sind bloße vorübergehende mentale Ereignisse, die ebenfalls jeden Moment entstehen und vergehen. Sogar das Bewusstsein, die grundlegende Fähigkeit des Erkennens, ist kein stabiles, dauerhaftes Selbst, sondern ein Prozess des Gewahrseins, eine Folge von individuellen Gelegenheiten des Erkennens. Weil diese fünf Zusammenhäufungen, die unsere Existenz ausmachen, unbeständig und vergänglich sind, sagt der Buddha, sind sie alle leidvoll. Sie können uns kein dauerhaftes Glück, keine vollkommene Befriedigung schenken. In ihnen können wir nie das stabile, dauernde Glück finden, nachdem wir uns sehnen. Hier sind einige Worte nötig, um Missverständnisse zu vermeiden. Wenn der Buddha sagt, dass alle bedingte Existenz Dukkha sei, meint er damit nicht, dass wir ständig Schmerz und Elend erfahren. Er bestätigt ganz offen, dass das Leben Vergnügen wie Schmerz, Glück wie Kummer, Erfolg und Befriedigung wie Misserfolg und Frustration einschließt. Was er jedoch behauptet, ist, dass sogar unsere angenehmsten Erfahrungen vergänglich und unverlässlich sind. Je mehr wir an ihnen haften, in der Hoffnung, dauernde Befriedigung aus ihnen zu beziehen, desto verletzbarer machen wir uns für zukünftige Enttäuschungen. Wenn wir uns vom Leid lösen wollen, müssen wir unter die Oberfläche unserer Vergnügungen schauen und nicht nur ihre vergnügliche Oberfläche sehen, sondern auch die drohenden Gefahren, die potenziellen Fallen, die uns unser Verhaftetsein und Festhalten stellen. Um die Bedeutung der ersten, edlen Wahrheit in ihrer vollen Tiefe und Breite schätzen zu können, müssen wir bedenken, dass der Buddha die Wiedergeburt lehrt. Auf der Grundlage seiner eigenen Erfahrung erklärt er unmissverständlich, dass alle lebenden Wesen, in denen noch Unwissenheit und Anhaftung wohnen, im Samsara, dem Kreislauf der Wiedergeburten gefangen sind. Dieser Prozess besteht seit anfanglosen Zeiten, ohne Schöpfung und ohne Beginn. Es gibt keine beständige Seele, die durch den Kreis der Existenz wandert, kein dauerndes Selbst, das von Leben zu Leben geht und dabei seine wesenhafte Identität behält. Ohne ein Selbst, ohne eine beständige Seele, fließt der Strom der Existenz in einem ungebrochenen Kontinuum von Leben zu Leben weiter. Die Bewusstseinserfassung bleibt als eine sich ständig verändernde Strömung bestehen und wird so wiedergeboren, wie es durch das im Laufe eines Lebens erzeugte Karma bestimmt wird. Diese Bejahung eines anfanglosen Prozesses der Wiedergeburt verleiht der ersten edlen Wahrheit eine zusätzliche Tiefendimension, denn sie beinhaltet, dass die Leiden, die wir innerhalb eines Lebens erfahren, noch mit der Unendlichkeit multipliziert werden müssen. Immer wieder erleben wir Geburt, Alter, Krankheit und Tod. Immer wieder erleben wir Kummer, Gram, Schmerz, Niedergedrücktheit und Verzweiflung, mögen wir auch manchmal unter angenehmen Bedingungen geboren werden, als mächtige Götter in den höchsten Himmeln und dort über lange Zeiträume leben. Dort mögen wir über alles gebieten, was Vergnügen und Macht bringt, doch überall kommt das Leben irgendwann zu seinem Ende. Auch die Götter müssen vergehen und sterben und dann geraten wir in die nächste Existenz, in der wir wieder die Aussicht von Geburt, Alter und Tod vor uns haben und vielleicht sogar äußerstes Elend. Um vollkommenes Glück und wirklichen Frieden zu finden, müssen wir die Befreiung aus dem Samsara erlangen. Wir müssen uns von der Versklavung an die fünf Zusammenhäufungen lösen. Um diese Freiheit zu gewinnen, müssen wir die Ursache unserer Knechtschaft entfernen, das bedeutet, den Ursprung des Leidens zu entwurzeln. Dies bringt uns zu der zweiten edlen Wahrheit. Die edle Wahrheit von der Entstehung des Leidens Die zweite edle Wahrheit ist die Wahrheit von der Entstehung und der Fortsetzung des Leidens. Der Buddha sagt, dass das Begehren der Grund für das Entstehen des Leidens sei. Betrachten wir des Buddhas eigene Worte. Was ist die edle Wahrheit von der Leidens Entstehung? Es ist das Begehren, das immer wieder Existenzen hervorbringt, mit Freude und Neigung verbunden ist und Freude hier und dort sucht. Das heißt Begehren nach Sinnesgenüssen, Begehren zu existieren und Begehren zu verlöschen. Das Pali-Wort Tana bedeutet wörtlich Durst. Begehren ist blindes Verlangen, selbstsüchtiges Verlangen, ein bodenloser Durst, der nach immer mehr Vergnügen verlangt. Der Buddha zählt drei Arten des Begehrens auf. Das erste ist sinnliches Begehren, Verlangen nach freudvollen Sinnesobjekten. Das zweite ist Begehren nach Existenz. Es ist das Verlangen weiter zu existieren, immer mehr zu erleben, das sich im Anhaften am Leben und dem Körper verfestigt. Das dritte Begehren, das nach Verlöschung, ist das Verlangen nach Ausrottung, Nicht-Existenz, das entsteht, wenn das Leben so unerträglich wird, dass man etwa Trost in der Ansicht sucht, die persönliche Existenz, Ende vollkommen im Tode. Begehren als Ursache des Leidens kann auf zwei Ebenen verstanden werden, einer psychologischen und einer existenziellen. Auf der psychologischen Ebene sehen wir deutlich, dass Begehren allem zugrunde liegt, was wir an Kummer, Angst, Sorgen, Gram und Not erleiden. Begehren verursacht Kummer, wenn wir von den Menschen und Dingen getrennt sind, die wir lieben, wenn unsere Hoffnungen enttäuscht werden und unser Verlangen nicht erfüllt wird. In dem Moment, in dem Begehren nach etwas im Geist aufsteigt, erleben wir Unzufriedenheit, die uns dazu treibt, um das verlangte Objekt zu kämpfen. Wenn wir das Objekt unseres Verlangens bekommen, müssen wir es vor Verlust und Zerstörung bewahren. Somit entsteht durch Begehren Anhaftung und Angst, die mit Leiden durchsetzt sind. Wenn wir schließlich die Menschen und Dinge, die wir lieben, verlieren, erfahren wir intensives Leid, diesmal als Herz zerreißenden Schmerz und Gram. Begehren ist also auf der psychologischen Ebene die Ursache des Leidens. Doch noch tiefer blickend sah der Buddha, dass Begehren eine noch wichtigere Rolle beim Entstehen von Leid spielt. Denn Begehren ist der Urquell unter dem Lebensprozess, unter dem Kreislauf von wiederholter Existenz. Es ist die innerste Maschine, die den Samsara, den Kreislauf von Geburt und Tod in unaufhörlicher Bewegung hält. Solange dieser Körper lebt, begehren wir nach immer mehr Vergnügen und Macht, nach immer neuen Erfahrungen. So benutzt das Begehren diese Zusammensetzung von Körper und Geist als sein Instrument, durch das es Vergnügen findet. Aber wenn der Körper zusammenbricht und im Tode verschwindet, kann das Begehren ihn nicht mehr als Instrument benutzen. Solange aber die Flamme des Verlangens noch brennt, endet der Bewusstseinsstrom die Strömung der Erfahrungen auch im Tode nicht völlig. Es geschieht vielmehr, dass das Begehren den Bewusstseinsstrom zu einem neuen Körper, einem neuen psychophysischen Organismus treibt, der zu dem Karma passt, das die oder der Verstorbene im Leben angesammelt hatte. Auf diesem Wege erzeugt Begehren Wiedergeburt und wenn die Wiedergeburt stattgefunden hat, beginnt der ganze Vorgang aufs Neue. Mehr Wachstum, mehr Altern, mehr Krankheit, ein neuer Tod, kurz gesagt, ein neuer Leidenszyklus. Nach der Lehre des Buddha gibt es kein substanzielles Selbst, das von einem Leben zum Nächsten wandert. Das bedeutet aber nicht, dass es keine Wiedergeburt gibt. Existenz ist ein Prozess, eine Strömung des Werdens und solange die Bedingungen für diesen Prozess bestehen, solange folgt unausweichlich ein erneuter Prozess, in anderen Worten eine Wiedergeburt nach dem Tode. Die Hauptbedingungen für die Wiedergeburt, lehrt der Buddha, sind Unwissenheit und Begehren. Durch Unwissenheit stellen wir uns fälschlich vor, dass die Dinge andauernd vergnüglich und substanziell seien. Wir halten uns für ein wirkliches Selbst oder meinen, ein Selbst zu besitzen. Durch Begehren halten wir hartnäckig an unserer Existenz fest und verfolgen immer neue Horizonte von Vergnügen und Freude. Die Konsequenzen von Unwissenheit und Begehren sind im Gegensatz zu den uns lieben Erwartungen nur mehr Wiedergeburt und Leiden. Deshalb gilt Begehren, das von Unwissenheit gestützt und genährt wird, als Ursprung des Leidens. Die edle Wahrheit von der Beendigung des Leidens Die dritte edle Wahrheit, die Beendigung des Leidens, folgt ganz logisch aus der zweiten Wahrheit, denn wenn Begehren die Ursache des Leidens ist, dann besteht der Weg zur Beseitigung des Leidens in der Beseitigung des Begehrens. Daher sagt der Buddha, was ist die edle Wahrheit von der Aufhebung des Leidens? Sie besteht darin, dass eben dieses Begehren völlig vergeht und endet, dass es aufgegeben und preisgegeben wird, dass man ihm nicht anhaftet und befreit von ihm ist. Die Beendigung des Leidens ist Nibbana, das Höchste an Glück und Frieden. Auch dies kann auf zwei Ebenen verstanden werden, entsprechend den zwei Ebenen für das Begehren als Ursache des Leidens. Erstens die psychologische Ebene. Wenn Begehren beseitigt ist, ist damit auch alles durch Begehren verursachte geistige Unglück verschwunden. Der Geist ist befreit vom Fieber der Leidenschaften und erlangt Leidenschaftslosigkeit. Befreit von allem Kummer wird er kummerlos. Befreit von allen Fesseln genießt er das Höchste an Frieden und Sicherheit. Dies ist der innere Zustand eines Arahant, eines Würdigen, der das Nibbana im gegenwärtigen Leben erreicht hat. Befreit von Unwissenheit und Begehren kann der Arahant nie wieder von Furcht, Angst, Enttäuschung oder Sorgen berührt werden. Zweitens die existenzielle oder biologische Ebene Mit dem Zusammenbrechen des Körpers im Tode wird der Lebensprozess eines Arahants schließlich beendet. Nach langem Fließen durch anfanglose Zeiten wird der Kreislauf der Wiedergeburten durchbrochen. Jetzt erreicht der Arahant die höchste Stufe des Nibbana, auf der nichts mehr von den Elementen der bedingten Existenz verbleibt. Das Kontinuum der fünf Zusammenhäufungen kommt zu einem Ende und es bleibt nur das todlose Element, das der Buddha das Ungeborene, Ungeschaffene, Ungewordene, Unbedingte nennt. Dies ist das letzte Ende der Lehre des Buddha und der Höhepunkt seiner Ausbildung. Der Weg ist der achtfältige Heilsweg, der aus acht Gliedern besteht. Rechte Anschauung, rechte Gesinnung, rechte Rede, rechtes Handeln, rechte Lebensführung, rechtes Mühen, rechte Achtsamkeit, rechte Einigung. Die Betrachtung des achtfältigen Heilsweges führt uns zum zweiten Hauptaspekt der Lehre des Buddha, nämlich dem Weg der Übung. Der Weg Weil Leiden aus Begehren entsteht, ist es der Zweck der praktischen Lehrnachfolge, Begehren zu beseitigen. Das ist keine erzwungene asketische Lebensweise voller Unterdrückung und Selbstqual, sondern eine heilsame hygienische Schulung. Durch sie verändert man schrittweise sein Verhalten, seine geistige Einstellung und sein Verständnis, kurz gefasst die subjektive Qualität des gesamten eigenen Lebens, in die eines Aryan, eines edlen und heiligen menschlichen Wesens. Der Buddha nennt den achtfältigen Heilsweg den mittleren Weg, weil er die beiden Extreme von sinnlichem Genuss und asketischer Selbstquälerei vermeidet. Dieser Weg ist aber kein bloßer Kompromiss zwischen diesen beiden Extremen, sondern eine wahrhaft weise Disziplin zur persönlichen Transformation, die moralische Aufrichtigkeit mit einer kräftigen Geistesschulung und tiefer Einsicht in die wahre Natur der Existenz verbindet. Der Buddha nennt dies einen guten Weg, weil er am Anfang, in der Mitte und am Ende rein und heilsam ist. Es ist auch deshalb ein guter Weg, weil man, je weiter man darauf voranschreitet, desto mehr Freude, Glück und Frieden erlebt. Wie ich oben schon sagte, zielt der Weg darauf ab, das Begehren zu beseitigen. Das mag uns wie ein ungeheures Problem erscheinen, weil das Begehren so tief in uns verwurzelt ist, dass wir es nicht einfach durch einen Willensakt vertreiben können. Der Buddha entdeckte jedoch, dass das Begehren, so mächtig es auch sein mag, bedingt ist. Um zu existieren, hängt es von bestimmten Bedingungen ab, es wird durch Bedingungen genährt, und die primäre Bedingung, von der es abhängt, ist Unwissenheit. Unwissenheit bedeutet nicht einfach einen Mangel an Wissen über bestimmte Tatsachen. Es bedeutet eher eine innere Blindheit hinsichtlich der Dinge, wie sie wirklich sind, eine Disposition, Dinge auf verzerrte Weise zu sehen und unsere Erfahrungen durch Filter wahrzunehmen und zu interpretieren, die wir uns durch unsere verblendeten Wünsche und egozentrischen Standpunkte schaffen. Um Unwissenheit zu beseitigen, müssen wir Wissen oder Weisheit erzeugen, d.h. kein bloßes begriffliches Wissen, keine Anhäufung von kategorisierter fachlicher Information, sondern direkte Einsicht, die unter die Erscheinung der Dinge dringt und sie sieht, wie sie sind. Der achtfältige Heilsweg ist die Strategie des Buddha, um diese Einsicht zu erzeugen. In seiner ersten Rede beschreibt er den Weg als zum Weitblick, zum Wissen führend. Die acht Glieder, aus denen der Heilsweg besteht, sind nicht wirklich Stufen, die man eine nach der anderen hochsteigt, sondern Elemente eines einzigen integralen Weges. Obgleich sie am Anfang in einer Art von Reihenfolge erscheinen, ist es so, dass die acht Glieder gleichzeitig wirken, sobald die Übung einen hohen Reifegrad erlangt hat. Dabei trägt jedes Glied auf seine eigene einzigartige Weise zur Gesamtentwicklung des Heilsweges bei. Die acht Glieder des Heilsweges sind dem Einzelnen Rechte Anschauung Der Buddha setzt diesen Faktor an den Anfang des Pfades, weil wir, um mit der Praxis des Dhamma beginnen zu können, erst einmal klar verstehen müssen, wo wir stehen und in welche Richtung wir uns bewegen. Das ist, als würde man von einer Stadt in die nächste reisen. Wenn sie zum Beispiel von München nach Hamburg wollen, müssen sie die allgemeine Richtung kennen und die Straßen, die nach Hamburg führen. Wenn sie nur ins Auto einsteigen und in irgendeine beliebige Richtung losfahren, ist es zweifelhaft, ob sie ihr Ziel erreichen werden. Viel wahrscheinlicher ist es, dass sie sich verfahren. Wir beginnen also die große Reise in Richtung Erwachung mit der rechten Anschauung. Die rechte Anschauung hat zwei Ebenen. Beide sind kritisch, wenn man den Weg des Buddha bis zu ihrer Art der rechten Anschauung bedeutet, dass man das Prinzip des Karma und seiner Früchte versteht. Das bedeutet zu verstehen, dass wir für unsere absichtlichen Handlungen verantwortlich sind, gute wie schlechte Taten zu den Konsequenzen führen, die ihrer ethischen Natur entsprechen, unser Leben nicht mit dem Tode endet, sondern in anderen Formen fortdauert, indem wir die Früchte unserer guten und schlechten Taten ernten. Es bedeutet ferner, die Gültigkeit der moralischen Unterscheidung zwischen heilsam und unheilsam zu akzeptieren, zu akzeptieren, dass Taten in Hinblick auf ihre moralischen Eigenschaften unterschieden werden können und zu erkennen, dass unsere Taten fähig sind, Resultate zu produzieren. Die Lehre des Karma postuliert eine gegenseitige Entsprechung. Gute Taten bringen Glück und eine gute Wiedergeburt, schlechte Taten hingegen Leid und eine schlechte Wiedergeburt. Die höhere Art der rechten Anschauung zeigt sich darin, die vier edlen Wahrheiten an sich zu verstehen. Das ermöglicht uns, unsere existenzielle Situation zu sehen, wie sie ist, zu erkennen, dass wir wegen unseres eigenen Begehrens leiden und zu sehen, dass wir das Begehren durch Befolgung des achtfältigen Heilswegs beseitigen müssen, um Leidfreiheit zu erlangen. Diese höhere rechte Anschauung beginnt als bloßes begriffliches Verstehen der Wahrheiten, verwandelt sich aber in eine erlebbare Sicht der Wahrheiten, sowie die Praxis gereift und Einsicht entstanden ist. Rechte Anschauung führt ganz natürlich zum zweiten Glied des Weges zu, rechter Gesehnung. Wenn wir unsere Existenz in der richtigen Perspektive sehen, verändert unser Verstehen unser willentliches Leben und unsere Zwecke und Motivation ändern sich. Der Buddha erwähnt drei Arten von Motivation, die in der rechten Gesinnung enthalten sind. Erstens die Absicht zu entsagen, das entspricht dem Wunsch, sich von Sinnlichkeit und selbstsüchtigem Verhalten zu befreien. Zweitens die Absicht des Wohlwollens, das entspricht dem gütigen Wunsch, dass andere Wesen wohlauf und glücklich sein mögen. Und drittens die Absicht der Harmlosigkeit, das entspricht dem mitfühlenden Wunsch, frei von Schmerz und Leid sein mögen, der Absicht auf eine Art zu leben, die keiner lebenden Kreatur Gewalt antut und ihr Leiden verursacht. Diese beiden Faktoren, rechte Anschauung und rechte Gesinnung, sind die Vorläufer der Schulung, weil sie allen anderen Gliedern Richtung verleihen. Die nächsten drei Glieder gehören zusammen, weil sie sich alle mit der Tugend, Scylla und dem rechten Verhalten befassen. Rechte Rede ist das dritte Glied, dessen vier Komponenten alle eine negative und positive Seite haben. Erstens, sich von lügnerischer Rede zu enthalten und stattdessen die Wahrheit zu sagen. Zweitens, sich von verletzender Rede zu enthalten und Worte zu sprechen, die zu Harmonie führen. Drittens, sich von harter Rede zu enthalten und sanft zu sprechen. Und viertens, sich des müßigen Plapperns zu enthalten und das zu sagen, was in der jeweiligen Situation sinnvoll ist. Rechtes Handeln ist das vierte Glied mit drei Komponenten. Erstens, sich des Tötens zu enthalten und stattdessen sanft und mitfühlend zu handeln. Zweitens, sich des Stehlens zu enthalten und ehrlich zu sein und drittens, sich von sexuellem Missbrauch zu enthalten. Für Laien bedeutet das, die ehelichen Rechte der anderen zu respektieren, während es für Mönche und Nonnen das völlige Zölibat bedeutet. Rechte Lebensführung ist das fünfte Glied. Nach den Erklärungen des Buddha heißt das, seinen Lebensunterhalt durch rechte und ehrliche Arbeit, die andere nicht schadet oder sie bekümmert, zu verdienen. Der Buddha nennt ausdrücklich fünf Tätigkeiten, die alle Nachfolger vermeiden sollten. Den Handel mit Waffen, mit Wesen, also Sklaverei, mit Fleisch und mit berauschenden Mitteln und Giften. Die letzten drei Glieder des Weges bilden auch eine Gruppe, weil sie ein gemeinsames Ziel haben, und zwar geistige Reinigung und die Erlangung von Einigung, Samadhi. Der Buddha betont, wie wichtig die Einigung des Geistes ist, denn um die Dinge zu sehen, wie sie wirklich sind, muss der Geist gesammelt und stetig auf die beobachteten Objekte gerichtet sein. Wenn der Geist unstetig, flatterhaft und schwankend ist und vom impulsiven Drang und müßigen Gedanken bestimmt wird, ist echte durchdringende Einsicht unmöglich. Somit kommen wir zur Stufe der meditativen Schulung, die darauf abzielt, die zerstreuten Fähigkeiten des Geistes zu sammeln und ihn zu einem kraftvollen Instrument der Beobachtung und des Begreifens zu machen. Rechtes Mühen ist das sechste Glied, ist die anhaltende Bemühung, unheilsame Zustände zu entfernen, die die Konzentration beeinträchtigen, wie etwa Sinneslust, Ärger, Dumpfheit, Aufregung und Verwirrung. Die entsprechenden positiven Bemühungen sind, sich um die heilsamen Eigenschaften zu bemühen, die zu geistiger Klarheit und Fassung beitragen, wie etwa Wachheit, Energie, Freude, innere Ruhe und Gleichmut. Rechte Achtsamkeit, das siebte Glied, bedeutet, dass man sich klar bewusst und mit größter Aufmerksamkeit auf die Objekte der Kontemplation konzentriert. Der Buddha hat die Objekte der Achtsamkeit vierfach unterteilt. Sie sind als die vier Grundlagen der Achtsamkeit bekannt. Körper, Gefühle, Geisteszustände und Geistesobjekte. Rechtes Mühen und rechte Achtsamkeit gehören zusammen und führen zum achten Glied. Rechte Einigung Die Schriften nennen als deren Höhepunkt die vier Stufen von Jhana, tiefer meditativer Versenkung, die in vollkommener Einspitzigkeit des Geistes und unerschütterlichem Gleichmut Gipfeln. Es wäre unrichtig anzunehmen, dass rechte Konzentration das Ende des Heilsweges darstellt. Rechte Konzentration ist das letzte Glied des Weges um Reife zu erlangen, aber es ist ganz sicher nicht das Ziel. Wenn die Konzentration erfolgreich stabilisiert worden ist, muss man alle acht Glieder des Weges gleichzeitig einsetzen, um Weisheit zu entfalten. Weisheit ist direkte Einsicht in die Dinge, wie sie wirklich sind, und die in Einsicht zu durchdringenden Dinge sind Körper, Herz und Geist, wie sie in den fünf Zusammenhäufungen, die der Anhaftung unterliegen, enthalten sind. Was man durch Einsicht sehen muss, sind die wahren Merkmale der fünf Zusammenhäufungen, die der Buddha in den drei Daseinsmerkmalen zusammengefasst hat. Unbeständigkeit, Leid und Nicht-Selbst. Alle fünf Zusammenhäufungen, aus denen unser Wesen besteht, sind unbeständig, immer wechselnd, jeden Moment entstehend und vergehend. Sie sind alle mit Leiden verbunden und können nicht als dauerndes Selbst angesehen werden. Sie sind nicht mein, nicht ich, nicht mein Selbst. Je tiefer die Einsicht in die fünf Zusammenhäufungen eindringt, zu desto tieferen Ebenen des Verstehens führt sie. Dieses Verstehen gipfelt in der klaren Sicht der vier edlen Wahrheiten in ihrer ganzen Tiefe und Weite. Dieses höchste Wissen beseitigt die Verunreinigungen von Herz und Geist, Unwissenheit, Begehren und falsche Ansichten und verwirklicht die vollkommene Befreiung des Herzens und des Geistes. Diese Befreiung, die Frucht integrierter Einigung und Weisheit, ist das höchste Ziel der Lehre des Buddha, die hier und jetzt durch hingebungsvolle Praxis des achtfältigen Heilsweges verwirklicht werden soll. Nicht alle können das letztendliche Ziel in einem Leben erreichen, doch ist Erfolg eine Sache schrittweiser Übung, schrittweisen Fortschritts und schrittweisen Erlangens. Der achtfältige Heilsweg, den ich hier skizziert habe, ist der direkte Weg zum höchsten Ziel des Buddhismus, das Erreichen des Nibbana, die völlige Befreiung von allem Leid. Der Buddha war jedoch weit mehr als nur der Führer einer kleinen Gruppe weltentsagender Asketen, die das höchste Ziel auf dem schnellsten und direktesten Pfad erreichen wollten. Er war ein Weltenlehrer. Die Schriften sagen, er wäre in der Welt erschienen, zum Wohle und zum Glück der Wesen und aus Mitgefühl für die Welt, für das Gute, das Wohl und das Glück von Göttern und Menschen. Deshalb besteht seine Lehre nicht nur aus einem Weg spiritueller Entwicklung für Mönche und Nonnen, sondern auch aus einem Kodex edler Leitbilder, um die in der Welt lebenden Männer und Frauen zu inspirieren und zu leiten. Auch schließt sie ein umfassendes Programm sozialer Ethik mit ein, das auf Familienleben, menschliche Beziehungen, Wirtschaft und Politik anwendbar ist. Die buddhistische Tradition besagt, dass die Lehre des Buddha so angelegt sei, dass sie drei Arten des Guten erfüllt. Das Gute im Hinblick auf das gegenwärtige Leben, das Gute im Hinblick auf das nächste Leben und das höchste Gut. Das Erste beinhaltet Wohlergehen und Glück hier und jetzt, das Zweite bedeutet eine glückliche Wiedergeburt und das Dritte ist Nibbana, die völlige Befreiung vom Kreislauf der Wiedergeburten. Bisher haben wir in unseren Erklärungen zum achtfältigen Heilsweg den Weg zum höchsten Gut betont. Jetzt möchte ich kurz jene Lehren des Buddha aufzeigen, die sich ausdrücklicher auf das Leben der Laien und auf Harmonie innerhalb der Gesellschaft beziehen. Obgleich diese Ziele auf der Skala der spirituellen Werte einen niedrigeren Rang einnehmen als das höchste Ziel, sind sie doch für die menschliche Erfüllung unersetzlich. Dies wird deutlich, wenn man die heutige Welt beobachtet, in der Menschen sich mitreißen lassen von falschen materialistischen Anschauungen und engen Ideologien, die zu unbarmherzigem Wettbewerb, zu Konflikt und Gewalt führen. Der Rat des Buddha für die im Hause lebenden Nachfolger gründet sich auf die Voraussetzung, dass der Pfad zum Nibbana lang und schwierig ist und sich für die meisten strebenden noch durch mehr oder weniger viele zukünftige Leben im wogenden Ozean des Samsara erstrecken wird. Deshalb brauchen die Nachfolger, die noch nicht für den steilen, mühsamen Weg der Entsagung bereit sind, praktische Richtlinien, die ihnen helfen, die Probleme des Alltags zu meistern. Mehr als alles andere sind erhebende Ideale nötig, die die Harmonie im täglichen Leben fördern und zur Ansammlung von heilsamem Karma führen, das eine glückliche Wiedergeburt bringt. Das Konzept des Buddha für den idealen Haushälter verdichtet sich in der Gestalt des Saporisa, der überlegenen Person. Die überlegene Person in der Welt, sei sie Mann oder Frau, vereint sich in ein tätiges Familienleben und gesellschaftliche Pflichten mit einer tiefen, unerschütterlichen Verpflichtung in Hinblick auf die im Dhamma verwurzelten edlen Werte. Laut dem Buddha ist die überlegene Person an bestimmten Eigenschaften zu erkennen, und zwar an Vertrauen, Tugend, Großzügigkeit und Weisheit. Vertrauen, Sadda, ist die Bereitschaft, dem Buddha als spirituellem Führer und dem Dhamma als dem einen Weg zur spiritueller Entwicklung zu vertrauen. Sadda bezieht sich nicht auf blindes Vertrauen, sondern auf eine sichere Überzeugung, die auf Vernunft und Nachfragen beruht. Ein solches Vertrauen hilft dem Geist fest in spirituellen Werten zu ruhen, auch wenn das weltliche Glück kommt und geht. Es heißt, dass jemand mit echtem Vertrauen nie den Buddha und den Dhamma verraten würde, selbst wenn sich Tugend bedeutet aufrechtes Verhalten, ein Verhalten, das sich an die fünf Gebote hält, die den grundlegenden Sittenkodex im Buddhismus bilden. Tugend wird auf negative Weise als Enthaltung von Töten, Stehlen, sexuellen Missbrauch, lügnerischer Rede und Alkohol- und Drogenmissbrauch erklärt. Die positive Seite der Tugend besteht aus den Eigenschaften des Herzens, wie sie die fünf Gebote darlegen, Mitgefühl mit allen lebenden Wesen, Ehrlichkeit im Umgang mit anderen, Einhalten des Ehegelöbnisses und Respekt für die Rechte anderer, Wahrhaftigkeit und einem klaren und nüchternen Geist. Das dritte Ideal für den Laien-Buddhisten ist Großzügigkeit, Kaga. Der Buddha sagt, dass ein überlegener Laien-Anhänger einer wäre, der in einem Heim wohnt, mit einem Herzen, das frei von jeglicher Spur von Engherzigkeit ist. Er oder sie gibt gern und teilt mit anderen, hilft den Armen und Verlassenen und unterstützt Mönche und Nonnen in ihren einfachen materiellen Bedürfnissen. Die vierte Eigenschaft einer überlegenen Person ist die Weisheit, Panja. Weisheit beginnt damit, dass man klar unterscheiden kann zwischen guten und schlechten Handlungen, heilsamen und unheilsamen Geisteszuständen, zwischen Eigenschaften, die nach oben zu Licht und Glück führen und jenen, die nach unten zu Dunkelheit und Elend führen. Weisheit reift schrittweise und gipfelt in der direkten Einsicht in die Unbeständigkeit. Sie führt zur Leitfreiheit. Die Lehren des Buddha hinsichtlich des Lebens in der Gesellschaft betonen allgemeine Harmonie durch die Anwendung von ethischen Prinzipien auf die gesellschaftliche Dimension des menschlichen Lebens. In seinem großen Mitgefühl bedachte der Buddha sehr wohl die sozialen Belange der menschlichen Wesen und legte Richtlinien fest, um kollektive Harmonie und Wohlhabenheit zu fördern. Diese Richtlinien werden belebt durch den charakteristischen buddhistischen Geist der liebevollen Güte, des Mitgefühls und der Gewaltlosigkeit. Wenn dieser Geist universalen Wohlwollens auf spezifische menschliche Beziehungen angewandt wird, so beinhaltet er feststehende Pflichten und Verantwortlichkeiten, wie sie durch die besondere Natur der jeweiligen Beziehung bestimmt werden. Ein genaues Bild des buddhistischen Programms für die menschliche Gesellschaft kann man in dem Sigaluvada Sutta aus der längeren Sammlung Nummer 31 entnehmen. Hier analysiert der Buddha das gesellschaftliche Leben und kommt zu sechs grundlegenden gegenseitigen Beziehungen, und zwar denen von Eltern und Kindern, Mann und Frau, Arbeitgebern und Arbeitnehmern, Lehrern und Schülern, Freunden und Freunden, Mönchen und Haushältern. Für jedes Paar zählt er sechs Pflichten auf, die einer dem anderen gegenüber erfüllen sollte. Wenn alle ihren Pflichten nachkommen, so führt das zu einer Gesellschaft, die auf allen Ebenen an Harmonie, Frieden und Wohlwollen zu erkennen ist. In anderen Texten erklärt der Buddha die Verpflichtungen, die der Staat seinen Bürgern gegenüber hat. Diese Texte zeigen den Buddha als einen scharfsinnigen politischen und ökonomischen Denker, der sehr wohl versteht, dass eine Nation nur dann blühen kann, wenn die Machthaber das Wohl der Menschen über ihren eigenen selbstsüchtigen Ehrgeiz stellen. Dies ist eine Lektion, die die heutigen Politiker und Finanzgrößen lernen sollten. Zum Schluss dieser Darlegung über den Dhamma möchte ich betonen, was so sehr beeindruckend an der Lehre des Buddha ist. Es ist die Kombination einer umfassenden Weitsichtigkeit mit einer inneren Folgerichtigkeit hinsichtlich Ziel und Prinzip. Der Dhamma führt zu den höchsten Höhen spiritueller Verwirklichung, verliert aber nie die pragmatischen Mittel aus dem Auge, die nötig sind, damit Menschen in ihrem Alltag zufrieden sind und ihre sozialen und politischen Aufgaben tüchtig meistern. Der Buddha stellt sowohl tiefe Spiritualität wie sozialen Pragmatismus unter die Regeln ein und derselben Prinzipien. Diese Prinzipien sind durchwoben von einem Geist moralischer Rechtschaffenheit und weisem Verständnis für die menschliche Natur. Die Prinzipien basieren alle auf der Erkenntnis, dass sowohl spirituelle Befreiung wie gesellschaftliche Harmonie aus derselben Wurzel entspringen und diese Wurzel ist nichts anderes als unser eigener Geist. Am nächsten von allen Dingen ist uns unser Geist, doch allzu oft ist dieser so verstockt, so widerspenstig, mutwillig und zerstörerisch, dass er eher unser Feind zu sein scheint, als unser intimster Freund. Nach dem Buddha ist es unsere erste Aufgabe im Leben, dass wir unseren Geist kennenlernen und meistern, indem wir seiner edlen Lehre folgen. Dann kann unser Leben uns und der ganzen Welt zum Segen gereichen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche heilt die göttliche Heilt die göttliche KCB.